Ja, hallo und Servus aus Österreich. Ich möchte ein kurzes Feedback-Video zum Thema Wasser abgeben. Nachdem das heute mein erstes Feedback-Video überhaupt ist, möchte ich mich vielleicht vorher mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Gramonitsch Kurt, bin geboren in der Steiermark in Österreich, lebe seit ca. 9 Jahren in Neunkirchen in Niederösterreich und werde im Mai nächstes Jahr 62. In den letzten paar Jahren habe ich einige Operationen hinter mir und darum ist das Thema Gesundheit natürlich für mich umso präsenter. Und da bin ich ja auf das 90-10 Mettbett gestoßen und habe jetzt vor kurzem diesen Wassertest gemacht. Wie gesagt, Wasser ist auch schon längere Zeit ein Thema für mich. Ich habe auch sehr gute Quelle, da fahre ich ca. alle 10 Tage am Weg nach Leoben vorbei und hole mir einige Kanister Wasser. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch habe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied gespürt, weil ich schon längere Zeit das Wasser aus unserer Leitung nicht mehr trinke. Ich mag es einfach nicht einmal, schmeckt mir nicht so gut, nachdem ich das Quellwasser trinke. Aber, wie gesagt, der Test war recht positiv. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob ich etwas verspürt habe. Ich müsste das vielleicht mit normalem Leitungswasser machen, vielleicht kann ich das noch nachher in irgendeinem Fall auf irgendeine Möglichkeit. Und ich habe auch mal noch vor, einige Videos zu machen, wenn ich vielleicht im Forschungsprogramm fürs Bett bin. Wollte ich mir jetzt kaufen, ist sie leider nicht ausgegangen. Und ja, vielleicht mehr im nächsten Video. Aber wie gesagt, Wasser ist auch volle Fälle ein Thema. Und kann leider nicht wirklich sagen, wiederholen wir jetzt, ob ich etwas gemerkt habe. Aber es hat auf alle Fälle einen Sinn. Danke und schönen Abend noch.